Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zur Hacking Challenge 0x0d bzw. der 13. Challenge. Okay, heute wollen wir diese cleveren Wise Words aufdecken und ja, wer hätte gedacht, ihr findet, wenn ihr den Seitenquelltext euch anguckt, überhaupt rein gar nichts, aber ich habe euch schon so ein bisschen den Tipp gegeben, macht doch mal einen Port Scan. Und genau das wollen wir heute wieder machen. Wir nehmen natürlich wie immer nmap, wir werden es allerdings als Sudo ausführen müssen, weil wir selbstverständlich wieder den TCP-Syn-Agg-Scan benutzen wollen, weil der einfach wunderbar ist. Und ja, wir wollen natürlich scannen, war es wohl nmap-maufeis.de und wir wollen die Ports, deswegen auch der Hinweis, ab Port 20.000 aufwärts, können wir mal nachgucken. Wir geben bis 21.000 hoch und ja, wir sehen, das Ganze dauert ein bisschen, aber wir haben dann hier ein paar Ports offen. Wer die letzten Piking Challenges verfolgt hat, der weiß, was er erwartet. Diese Ports hier hatten wir alle schon benutzt. Diesen hier hatten wir noch nicht benutzt, das heißt, der hier ist auch der aktuelle Port gerade. Und ja, natürlich ist das dann der Port, der für diese Challenges ist. Ansonsten könnte man auch einfach drauf kommen, es ist der letzte Port, sprich, die anderen könnten schon mal vielleicht irgendwo verwendet worden sein und der hier wahrscheinlich noch nicht. Also ja, genau, das ist das Ziel. So, was wir jetzt machen können ist, wir können einfach mal gucken, was da auf diesem Port liegt. Ihr könnt das über den Browser machen, aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, dass es hübsch aussieht. Über den Browser sieht es nicht ganz so hübsch aus, deswegen machen wir hier einen Curl-Befehl. Curl ist ein Kommando-Zahlen-Tool, was euch sozusagen alles hübsch mitliefert. Und, also was heißt hübsch mitliefert? Ihr könnt damit einfach ein Get-Request machen, wie im Browser halt auch, mein Gott. 20.004 und ihr seht, was dabei rauskommt. Ein riesiges NSA-Logo. Aber irgendwie kann man da mal ein bisschen reingucken. Es sieht ein bisschen seltsam aus, oder? So ein kleines bisschen, also bei NSA, hier ist nur Ns, aber hier ist plötzlich ein S, hier ist ein T, hier ist ein H. Hm, könnte man vielleicht mal drauf kommen, dass da was drin versteckt sein könnte. So ein bisschen richtig schlechte Steganografie. Ein bisschen einfach mal reingucken, was da so dabei ist. Okay, also ich kopiere mir das Ganze, öffne Python, weil ich einfach Python mag. Und Python oder Python oder whatever. Und sage jetzt hier, ich definiere mir ein Mehrliner-String, den ich hier einfach reinkopiere. So, und was mache ich jetzt? Jetzt sage ich x ist gleich x.replace. Ich filtere einfach die Zeichen raus, die mich nicht interessieren. Wir wollen erstmal die New Lines raushaben. Wir wollen die Leerzeichen raushaben. Und dann ist es natürlich schon nicht mehr so schön, aber hey, irgendwann muss man alles mal zerstören. Wir wollen das N raushaben und ersetzen durch einen leeren String. Und wir wollen natürlich das S raushaben und ersetzen durch einen leeren String. Und wir wollen das A raushaben und ersetzen durch einen leeren String. Okay, so, und x sieht dann dermaßen aus, dass man immer noch nichts erkennen kann. Dann wollen wir natürlich weiterhin sagen, wir wollen die Doppelpunkte raus haben. So, und dann können wir schon sehen, Accurity through Obscurity und 0x0d.s. Was das wohl bedeutet? Hm, vielleicht Security through Obscurity. Das ist ein ganz beliebter Spruch. Man versteckt seine Informationen, indem man sie einfach nur versteckt. Also man verschlüsselt nicht, sondern man versteckt nur. Und das ist eins der Sicherheitsparadigmen, die einfach furchtbar sind. Und hier der kleine Hinweis 0x0d.s. Ja, das ist auch so ein bisschen versteckt hier. Man kann hier also erwarten, dass vielleicht an dieser Stelle noch irgendwas liegt. Also gehen wir hier einfach mal her und öffnen die Datei mit .s hinten dran. Und wir sehen, das ist Assembler. Fuck, wir haben noch nie Assembler behandelt. Wir haben es auch noch nie mal angeguckt oder sonst irgendwas. Aber das ist eigentlich gar nicht so komplex. Es ist auch wirklich eigentlich einfach gewesen hier. Ihr konntet jetzt natürlich diesen unglaublichen Büschel hier durchgehen. Oder auch nur clever euch mal hier oben das Ganze durchlesen. Also hier wurden ein paar Sachen definiert. Und ich bin mal ehrlich, ich habe es versucht, so schwer wie möglich zu machen mit dem Passwort. Aber das war gar nicht so einfach, weil hier Assembler teilweise sogar recht direkt das Passwort sich da irgendwie zwischengespeichert hat. Okay, also einer der Wege war jetzt, ihr könnt hier wirklich jedes einzelne Scheißregister durchgehen. Oder von mir aus sogar noch irgendwie einen eigenen Befehl einfügen und dann erst kompilieren, sodass hier, also ihr könnt selber Assembler einfügen, sodass das Ganze hier das Passwort ausgibt. Oder aber ihr konntet hier wirklich jeden einzelnen Befehl durchgehen und rausfinden, wie dann das Passwort am Ende aussieht. Oder aber ihr könntet hier oben einfach clever diese Strings aneinander setzen. Warum hier oben? Na ja, hier oben wurden Variablen definiert. Hier unten werden keine Variablen mehr definiert. Das hier sind Funktionen, also generell alles, was so ein Einsprungpunkt hier vorne dran hat, ist irgendwie was Besonderes. Hier sehen wir, das hier ist der Einsprungpunkt zu Main. Das heißt, wir führen hier quasi einfach die Main-Funktion aus. Das hier ist ein Einsprungpunkt zu irgendeiner Funktion, also irgendein Proc. Und das hier ist Main, weil steht vorne dran, wer hätte es gedacht. Und dann haben wir noch das hier und das sind dann offensichtlich irgendwelche Variablen. So, okay, wir gucken also mal, was wir hier für Variablen haben. Ich nehme gerade mal hier die Konsole wieder und tippe mal mit. Wir haben PA, wir haben, also PA schon mal, wir haben H15, whatever, WB0, seltsam. Wir haben hier aber 2S auch noch und ihr wisst, wir suchen ein Passwort. Also 2S wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann haben wir sogar noch hier WO und RD und ein Doppelpunkt. Das heißt, wir haben hier Passwort, Doppelpunkt. So, fällt also das hier schon mal raus und das hier auch. Bleiben noch die 3 und dieses H0 hier unten. So, okay, und jetzt konntet ihr da einfach mal alles durchprobieren, was es gab. Also, ich gehe mal hier einfach alles durch. H15, beziehungsweise ich mache mal hier S1 gleich H15. S2, wir schreiben uns hier eine Liste dafür. H15, dann haben wir WB0. Wir haben U77 und wir haben H0, habe ich schon gesagt? Ne, H0 habe ich noch nicht gesagt. Okay, das sind glaube ich die 4, die noch übrig geblieben sind. So, okay. Jetzt benutzen wir einfach mal ITERtools, Import ITERtools, weil die einfach mega nützlich sind, was das Ganze angeht. Okay, und jetzt sagen wir hier 4i in ITERtools.combinations. Ihr könnt es natürlich auch anders lösen. Das war einfach nur eine Möglichkeit hier. Also, das ist jetzt quasi die Art und Weise, wie man Reverse Engineering oder Assembler hier so ein bisschen verhindern kann. Aber, ja, die einfachste wahrscheinlich. Und unsere Liste heißt L und unsere Länge ist 4. Print I. So. Ist jetzt natürlich nicht genau das, was wir wollten, weil ich doof bin. Ich meine natürlich hier nicht Combinations, sondern ich meine die Permutationen, also Permutations. Ähm, genau. Und da wollen wir dann Print wiederum I haben. So, okay. Jetzt haben wir alle möglichen Kombinationen. Wir gehen einfach mal alles durch. H15 WB0. Und jetzt würde ich euch einfach mal den Tipp geben, mal vielleicht so ein bisschen Leadspeak zu lesen. Ähm, also His WB... WB... Ne. Ähm, dann gehen wir einfach mal alle durch. Ihr könnt einfach mal durchlesen, bis ihr irgendwie landet bei How about this? Und das ist tatsächlich das Passwort. Ähm, das war eine Möglichkeit, wie ihr das Ganze lösen konntet. Also tatsächlich How... How... Also bis hier das englische Wort How... Wie... Baut... This. Also sind quasi drei Wörter hintereinander. Ähm, ich kopiere mir die mal raus hier. Und sag, äh, Lösung ist gleich... Ach, komm schon. Ich sagte, ich kopiere sie mir raus. Genau. So. Okay. Ähm, die zweite und die dritte Lösung habe ich euch ja schon vorgestellt, indem ihr quasi hier einfach sagt, ich gehe hier alles durch und versuche hier irgendwie rauszufinden, was da so passiert. Oder ich führe den Code sogar aus. Gar nicht so einfach gewesen in dem Fall. Ähm, deswegen würde ich euch diese Variante hier empfehlen. Und ja, ihr seht gerade, dass ich sehr viele Konten auf meiner eigenen Webseite habe, was natürlich gar nicht so einfach ist. Wobei eigentlich auch dieses Mail-Konto, äh, überhaupt nicht gespeichert ist. Aber egal. Ähm, scheint als hätte ich mir gerade das Falsche kopiert. Äh, ja, hab ich. Na toll. Ich bin so talentiert, dass es unglaublich ist. Ähm. Sorry. Muss natürlich jetzt nochmal ran. Ähm, ups. So. Okay. Und das kopieren wir uns jetzt hier und sagen, atmen. Genau. Und anschließend habt ihr diese wunderbaren, cleveren Worte sozusagen aufgedeckt. Und ja, das war auch tatsächlich schon unser erstes Reinschnuppern in so ein bisschen Reverse Engineering oder auch einfach nur Steganografie, je nachdem wie ihr den Ansatz euch angeguckt habt. Wie gesagt, ich erwarte auf keinen Fall von euch, dass ihr euch hier tatsächlich Assembler oder sowas, ähm, einverleiben könnt. Also, dass ihr den Kram hier wirklich komplett lesen könnt. Erwarte ich überhaupt nicht. War aber tatsächlich auch eine Möglichkeit. Und ich wollte euch einfach mal so sanft ein bisschen in Assembler reinführen, bevor ich jetzt da euch mit den Hämmern oder sowas entgegenkomme. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir Feedback da, wie es euch gefallen hat. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.